Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wer hat denn jetzt gesprochen? War das echt? Na, herzlichen Glück und das quatscht auch noch. Mach den Haken wieder rein! Bist du besoffen? Auf jeden Fall haben wir eine Taschenlampe. Und für den Koffer. Ich muss noch eine Opferung machen mit dem Fallensteller. Es tut mir leid, also gibt es heute noch eine Runde Fallensteller. Ich hoffe, ich schaffe es heute mal. Meine erste Runde lief so gut. So gut. Und jetzt kacke ich total ab. Das nervt. Gott, dann muss ich halt wieder üben. Üben, 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 üben. Übung macht den Meister, oder wie war das Sprichwort? Ich trinke erst mal einen Schluck. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt schon die dritte Folge, die ich hintereinander weg aufnehme. Was habe ich gerade freigeschalten? Irgendeine Errungsschaft? Bestimmt, weil ich eine Opfergabe geschmissen habe. Ich habe so viel davon. Humor ist weg. Also, hey, Killer ist einfach nicht meins. Es wird nie besser. Ich mache es, wie gesagt, wegen Punkten. Aber es ist nicht mein Favorit. Definitiv nicht. Nein. Wir waren keine Freunde. Oh, das ist einfach der falsche Killer. Das kann natürlich auch sein. Oh, scheiße, ist das dunkel. Und bei uns scheint die Sonne. Oh, ist das eklig. So. Das ist wirklich ekelhaft hier. Ähm. Hallo. Ich setze erst mal meine ganzen Fallen zurück. Und mit Aufsperren. Ich lasse die einfach hier liegen. Die sind gut. Also manchmal sind die richtig gut. Genauso werden sie stellenweise gar nicht erwartet, dass die irgendwo random rumliegen. Hallo. So, warte mal, warte mal. Was ist denn hier los? Jetzt habe ich dich. Ja, dort bin ich auch dagegen gerannt. Die Palette habe ich nicht gesehen. Na, eile du. Ich mache mal deinen Generator wieder kaputt. So. Wo bist du denn hin, Schätzelein? Guck mal, hier können wir schöne Falle platzieren. Aha. Noch mal. Huch! Was war denn jetzt? Na, erst mal die Falle wieder zurücksetzen. Die wollen mich verkackern. Ich habe dich erwischt. Ich war jetzt leicht verwirrt. Warum? Warum? Warum macht ihr das mit mir? Das ist volle Gemeine. Mach den weg. Mann. Sei doch mal lieb mit mir. Ich sehe hier nichts. In dem Scheiß. Zwei Generatoren haben sie schon. Herzlichen Glückwunsch. Ich komme. Ich will mich doch nicht hier die ganze Zeit aufhalten. Ich habe mich dochke, da ist nicht mehr. Ich mache mich nicht. Ich habe mich doch eingeladen. Gehe. Mann. Ich habe mich. Ich habe mich. Komm, komm. Ich habe mich. Ich habe mich. Hier sind die Falle. Ich habe mich. Das ist nicht. Ich bin. Jetzt habe ich dich. Achtung, auf die Taschenlampe achten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schreit dann nicht so laut. Geschwunskrebs. Ihr seid ja frech. Komm her. Ihr wisst schon, dass euer Maid dort unten hängt und ihr jetzt? Das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Jetzt sagt mir ja nicht, ich kämpfe. Du bleibst liegen. Na ja, das wusste ich. Alles gut. Das sind wieder solche, die sich im Büro... ...für ganz klug halten. Wo willst denn du hin? Mitkommen. Ups. Na ja, gut, dann musst du jetzt halt hier hin. Wieder, es tut mir leid. Du wolltest abhauen. Abhauen ist nie. Komm du auch mit. Ja, au, ist mir doch egal. Du gehst auch hier runter. Und hier war gerade jemand. Hab dich. Nein. Komm her. Wo hänge ich denn dich hin? Hier. Gucke, der Haken ist wie für dich gemacht. Bitteschön. So, Fang. Ah, Fangie. Ah, Fangie. Ah, Fangie. Das war einfach ganz schön dämlich. Ah, Strike. Jetzt hast du es hingekriegt. Ich bin stolz auf dich. Ich seh dich, Ash. Oh, ich flottert. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn du mir hier so im Weg rumläufst. Du auch? Warte, hier ist noch ein Haken. So, wo seid ihr denn jetzt? Wieder im Schrank? Was will der denn immer im Schrank? Hier, ich stehe noch hier. Du bleibst liegen. Wo ist die andere in gerannt? Hier lang. Mach die Ballette kaputt. Und dann? Ist das dein Scheißernst? Dann gehst du jetzt an den Haken. Dann habe ich meine Opferung. Endlich. So, wo war denn hier ein Haken? 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 Ich bin leicht verwirrt. Hier ist ein Haken. Tschüss. Hier ist jemand lang gerannt. Okay. Das klingt auch gefährlich. Ich sehe halt überhaupt nichts auf meinem Monitor. Das ist gerade etwas richtig dämlich. Ach, dann macht doch, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Bist jetzt endlich stille. So muss ich rein. Das hat nicht viel gebracht. Hast du gemerkt? Ich habe dich trotzdem gefunden. Ey, du mit deinen Scheißschränken. Du gehst mir auf den Sack. Jetzt ernsthaft. Der geht mit dir jetzt auf den Sack. So, wo denn? Da oben. Dann gehen wir mal da hoch. Oh, hier. Der ist schon ganz schön weit, hm? Fang? Palette. Woher ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Also, ich war hinter dir. So, der war's. Ich muss kein echtes Rollo runter machen. Ich sehe nichts. Hallo. Ich gehe ja schon. Okay. Ich komme gleich wieder. Mensch, nehmt doch die Griffel von dem runter. Meine Fresse. Wo ist er denn hinkern? Ich sehe es nicht. Verdammt. Ich hasse das. Soll ich jetzt an dem hier stehen bleiben? Ah. Gesehen. Wer auch immer du bist. Ach, Ash. Wo ist er denn? Ash, du bist scheiße zu sehen. Sorry. Aber für die Dreisigkeit. Wo jammerst du denn? Sag mir nicht, die ist schon wieder hier zurückgegangen. Jetzt nehme ich Ash. Ich sehe ihn gerade mal. So, nehme ich die jetzt weg. Und nun? Oh, du, keine Bullete mehr. Ernst. Du, mit deinem Scheißschränken. Das geht mir tierisch auf den... Piss. So, ich habe keinen Bock auf dich. Ich geh jetzt mal auf den Sack. Ich geh wieder zu sehen. So, dort hinten. Das ist verdammt lange her, ja? Hallo. Claudette, ich sehe dich kaum. Weißt du das? Ich sehe die wirklich nicht. Ich mache ihn trotzdem mal weg. Das sind meine Punkte. Fangt halt überall die Generatoren an. Okay. Jetzt habt ihr den endlich fertig gekriegt. Na, Wahnsinn. Ich kann nicht weiter wirklich spielen, weil ich sehe wirklich überhaupt nichts. Jetzt habe ich dich. Einmal. Zweimal. Zweimal. Komm her. Komm her. Wie gesagt. So, wie komme ich jetzt hier raus? Hier. Oh, das ist ja ein Fenster. Wo komme ich denn hier raus? Hier? Ja, ja. Das war mir klar, weil ich komme dort nie raus. Oh, Leute. Achso, ihr wisst, dass ich dort nie rauskomme, ne? Okay. Ja, okay. Lust auf die. Ich gucke mal, wo Fang ist. Vielleicht finde ich die. Hier zum Beispiel. Ich bin nicht gut als Killer, aber ich versuche... Zama! Ich kann doch nicht schon wieder weg sein. Na ja, ich muss noch mal an den Generator treten. Hallo? Wartet mal. Ich kann den Typen nicht leiden. Oh, nee. Hau ab! Du mit deinen verfickten Schränken. Du kannst mich mal. Was machst du denn? Und wieder in den Schrank. Jetzt nicht. Diesmal nicht. Oh, yeah. Ab geht's. Tschüss. So, wo ist denn jetzt Generator noch nicht gemacht? Der, der und der und der. Hey! Ah! Ahhhh! Sorry. Darf ich das ein bisschen keller? Ich kann nur den jetzt rausnehmen. Das ist auch gut. Warte, warte, warte jetzt. Sehr schön! Coole Sache. Sag mal! Bist du besoffen in deinen Schränken? Äh! 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 Falsche Taste! Ja, entschuldige bitte, aber das ist wirklich dämlich gewesen. Also wenn Feng jetzt die Luke findet, dann ist das wohl verdient. Auch nur wenn. Dann such ich die Luke jetzt mal. Lass geh auf, Luke! Ja! 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 Ich weiß gar nicht, wo die überall spawnen könnte. Oh! Hab ich denn da gehört? Seh dich! Und zack! Ja! Die wickelt noch! Dann tut's mir leid. Ich hätte jetzt uns zusammen mit ihr gesucht. Geht doch! Hä? So wird das gemacht. Yeah! Ja, Bundes... Nach dem Spiel, ja. Ah! So viel? Oha! Geile Scheiße! Eine perfekte Runde! Ich geh kaputt! Und das mit dem... Killer! Mit dem Fallenstaller! So geil! Hey, aber es war ein GG! Ganz ehrlich! Ihr wart... Richtig gut! Ne wirklich! Ohne Scheiß! So! Ich hoffe, euch hat ja die Runde genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Morgen? Dienstag? Dann Mittwoch oder Tag. Morgen wiedersehen! Zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Bis dahin! Ciao! Ciao!